Yo, herzlich willkommen zu einem neuen Tag, zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Heute in Oberhausen und später noch in Düsseldorf. Ja, es wird ein mega chilliger Tag, der Dominik ist wieder mal hinter der Kamera, wird nicht bezahlt. Wir sind jetzt aktuell fast beim Zentrum und ich würde sagen, wir nehmen euch heute mit. Let's go! So, wir sind jetzt immer noch relativ vor dem Kino, äh, Namen und so nennen wir jetzt nicht. Ja, wir gehen jetzt was essen. Da so in dieser Marken-Oase. Marken werden hier zensiert. Vielleicht gibt's noch einen schönen Foodporn und ich würde zu essen gehen. Ja, Mann, das ist mega. Entschuldigung, wir haben keine Filme erlauben, das ist mir gar nicht. Wer soll denn kommen? Ja, komm, wir gehen irgendwo was zu essen holen. Melli, warum hast du denn Lust? Laufzeit gehen. Keine Ahnung, das ist voll schwer. Ey, ich hätte voll Bock auf so einen Taco. Ja, ne? Ja, komm, wir gehen uns einen Taco holen. Ja, also da bin ich bei. Also, ich hätte voll die geile Idee, wir machen jetzt so ein Video, wie wir mit einer Rolltrippe hochfahren und einfach wieder runter. Ja, okay, komm. Weil es einfach... Doch, 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 komm. Doch, komm. Also, Rolltrippe fahren natürlich am allerliebsten. Und wir werden auch schon erwartet hier unten. Danke. Hallo. Hallo. Hallo, Leute, hier ist eine Wand. Du spaß dich. Komm, wir holen uns jetzt einen Taco, also. Ja, okay. Wir haben uns jetzt hier schon so Tische zusammengeschoben. Oh, geil. So, also, er hat... Was ist das? Würdest du uns das einmal beschreiben und den Geschmack auch sehr? Also, ähm, natürlich markenzensierend. Ähm, das ist, äh, ein eisliches Eislöffelgetränk mit Mango und Ananas. Mit Mango und Ananas. Ist das gelb oder orange? Was sagt ihr? Warte mal, was sagt ihr? Gelb oder orange? Gelb. Ist doch jetzt egal, das wird die Abstimmung klären. Da gibt's noch irgendwelche Cheeseburger von irgend so einer Marke. Da gibt's Eis von irgend so einer Marke. Da gibt's irgendwie gar nichts. Da gibt's noch mehr Eis. Und hier gibt's natürlich das Beste. Das Beste Essen. Ich bin das Beste. Das Beste. Nee. Hey, Uwe. Jetzt essen wir und dann melden wir uns wieder. So, Leute. Nach einer langen Zeit, die ich wohl nicht gevloggt hab, weil ich irgendwie total verpeilt war. Ja, komm doch am Ende ins Bild, Mensch. Sind wir jetzt in Düsseldorf. Auf jeden Fall ist das Treffen mega chillig. Es sind einige von dem Treffen hier eigentlich mitgekommen. Da haben wir hier noch den Marco, sag mal was. Ja, okay. Ich würde sagen, wir nehmen euch noch ein bisschen in Düsseldorf mit und ciao. Das ist ein bisschen. Da seh ich. Grenzt nicht so. Er füllt heute nix mehr mit dir. Wir fahren jetzt auf jeden Fall nach Bielefeld. Dort haben wir unser... Wie viel das treffen? Ich glaub, das ist schon das fünfte. Wir treffen uns gleich mit dem lieben Laurenz und mal gucken, was uns sonst noch den Tag so erwartet. Wir nehmen euch heute mit und wünschen euch ganz viel Spaß. So Leute, auf jeden Fall sind wir jetzt hier in Bielefeld. Und wen haben wir denn da hier? Hallo. Hallo Parkour. Hallo. Hallo. Lui, Lui, Lui. Schuhe von Lui, Lui, Lui. Lui, Lui, Lui. Ja, auf jeden Fall. Wir warten noch auf Laurenz. Der braucht immer wieder 100 Jahre, bis der kommt. Irgendwann kriegst du deine Rache. Ich wollte dich eigentlich heute pranken, ging aber nicht. Weil wir zu dumm sind und zu... Lass uns mal was ausdenken, schnell. Ja, egal. Also, ja, hast du so eine Idee, wie wir so einen guten Kumpel von mir pranken können? Der kommt gleich. Boah, ich hab erst mal überlegt, euch zu pranken, aber... Boah, also, nee, lass mal. Boah, keine Ahnung. Dass einfach nicht zum vereinbarten Termin kommt. Ja, das ist eine gute Idee. Boah, ich hab erst mal. Bis zum nächsten Mal.